Die Stadt Bern ist stolz auf ihre Freiwilligen. Gerade die Corona-Krise hat einmal mehr gezeigt, dass sich sehr viele Leute in der Stadt Bern freiwillig engagieren. Freiwillige machen für Menschen Kommissionen, die das nicht mehr selbst machen konnten. Freiwillige haben Familien bei der Kinderbetreuung unterstützt. Mir wurde aber wieder bewusst, wie viele Leute Hemmungen haben, für sich selbst Unterstützung anzufordern. Aber ich glaube, wer den Mut hatte, das zu machen, ist doppelt belohnt worden. Zum einen hat er die Hilfe bekommen, die er gebraucht hat, aber zum anderen gab es auch neue Beziehungen unter Menschen. Und ich hoffe natürlich, dass der ein oder andere Kontakt, der entstanden ist, auch über die Corona-Krise hinweg bestehen bleibt. Denn was macht die Stadt Bern aus? Das sind doch die vielen Beziehungen von Menschen untereinander. Das ist das Charakteristikum der Stadt Bern. Das ist das, was Bern lebens- und liebenswert macht. Von dem her, liebe Freiwillige, herzlichen Dank für euer grosses Engagement.